Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen. Wir müssen täglich viele Entscheidungen treffen. Häufig wählen wir zwischen dem einen oder anderen Produkt. So auch bei der Anschaffung eines Handhubwagens. Man kann sich für den einen oder anderen entscheiden. Das eine Modell kostet mehr als das andere. Da scheint die Entscheidung leicht zu fallen. Der Anschaffungspreis ist aber nicht die einzige Wahrheit. Man sollte alle Fakten kennen. Lassen Sie uns daher die Situation genau anschauen. Billiger bedeutet nicht immer, Geld zu sparen. Manchmal zahlt man am Ende mehr für einen niedrigeren Anschaffungspreis. Entscheidend dafür ist die Lebensdauer des Handhubwagens. Darauf kommt es an. Wer am Anfang weniger Geld für einen Handhubwagen ausgegeben hat, kann sich nach einem Jahr im täglichen Einsatz vielleicht noch bestätigt fühlen, alles richtig gemacht zu haben. Aber was passiert danach? Schon nach 18 Monaten zeigt die Billigversion erste Schwächen. Manche Teile des günstigeren Handhubwagens sind eben nicht für die Ewigkeit gemacht. Auf den BT-Handhubwagen ist dagegen weiterhin Verlass. Eines Tages, viel früher als gedacht, fällt der billige Handhubwagen komplett aus. Zeit für einen neuen. Dabei könnten die Dinge so einfach sein. Minimale Mehrkosten verlängern das Leben des BT-Handhubwagens bereits um sieben weitere Jahre. Das Gerät zahlt es dann durch Zuverlässigkeit zurück. Die Situation sieht aber anders aus. Der günstige Handhubwagen ist defekt und die Kosten steigen. Zwar wurde insgesamt immer noch weniger investiert, aber ein defekter Handhubwagen bereits nach 18 Monaten ist keine gute Bilanz. Und da man bekommt, was man bezahlt, wird die nächste Billigversion, ehe man sich versieht, wieder defekt sein. Drei Jahre vorüber, zwei Handhubwagen defekt. Zeit für den nächsten Ersatz? Nun sieht die Zukunft mit dem günstigen Handhubwagen nicht mehr so rosig aus. Der Preis ist am Ende höher als gedacht. Und wenn ein Handhubwagen nicht mehr funktioniert, wird die Arbeit unterbrochen. Arbeitsausfälle bedeuten aber weitere Kosten. Und alles nur für eine anfängliche Einsparung. Demgegenüber stehen sieben sorglose Jahre mit einem BT-Handhubwagen bei minimalem Serviceaufwand. Mehr noch, während der billige Handhubwagen nur noch Schrott ist, hätte man beim BT-Handhubwagen sogar noch eine Option auf einen Wartungsservice gehabt. Die Lebensdauer hätte sich so um weitere fünf Jahre verlängert. Es ist also gar nicht so schwer zu erkennen, wie die Kosten langfristig in die Höhe schnellen, wenn man sich für einen falschen Handhubwagen entscheidet. Kosten verursacht durch Ausfallzeiten, Entsorgungen, zusätzlichen administrativen Aufwand und negative Auswirkungen auf die Umwelt. Billiger ist also nicht immer cleverer. Entscheidungen, Entscheidungen. Nur wer alle Fakten kennt, trifft die richtige Wahl. Warum weniger zahlen, wenn Sie mehr sparen können? Seien Sie clever. Entscheiden Sie sich für einen BT-Handhubwagen. Vielen Dank.